Loriot, der Ring des Nibelungen Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja dergleichen nur auf der Opernbühne. Das Rheingold Der erste Teil der Tetralogie beginnt in jener vorgeschichtlichen Zeit, in der es noch möglich war, im Rhein zu baden. Getragen von 136 Takten in S-Dur, versinken wir über den Grund des Flusses an den Ursprung der Welt. Mit dem Auftauchen der Rheintöchter, drei unbekleideten, passionierten Schwimmerinnen, ist das Ende der Unschuld vorprogrammiert. Das bekannte Gesangstrio singt ebenso gut unter wie über Wasser und hört auf die Künstlernamen Woglinde, Wellgunde und Flosshilde. Unverantwortlicherweise sind die Damen mit der Bewachung eines hochbrisanten Wertobjektes, des sogenannten Rheingoldes, betraut, ohne im Mindesten hierfür geeignet zu sein. Sie lassen sich vor Ort ansprechen, von einem gewissen Alberich aus Nibelheim. Die Damen wittern willkommene Kurzweil und treiben mit dem zwergwüchsigen Voyeur ein aufreizendes Spiel, ein übles Spiel, wobei sie seinen Stolz als Liebhaber empfindlich verletzen. Schließlich geben sie ihm in Kicherlaune auch noch das Betriebsgeheimnis preis. Maßlose Macht über die Welt fällt demjenigen zu, der das Rheingold zu einem Ring zu schmieden vermag und dafür zeitlebens auf Liebe verzichtet. Kein Wunder, Alberich fühlt sich ohnehin um den erotischen Erfolg betrogen und greift stattdessen nach der Weltmacht. Er flucht auf die Liebe, raubt das Gold und verschwindet in Richtung Nibelheim. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Wenn die Rheintöchter, sagen wir mal, etwas entgegenkommender gewesen wären, hätte man sich drei weitere aufwendige Opern sparen können. Das sollte zu denken geben. Szenenwechsel an die Erdoberfläche in die noblen Regionen der Götter. Im Hintergrund erhebt sich ein Felsmassiv. Sein Gipfel hat durch einen voluminösen Neubau seine natürliche Schönheit eingebüßt. Auf einer Wiese im Vordergrund schläft der Bauherr. Neben ihm erwacht seine Gattin Frika und eröffnet mit den Worten Wotan, Gemahl, erwache! Eine dieser klassischen ehelichen Auseinandersetzungen, die dem Ehemann keine Chance bieten. Natürlich ist die Ehefrau im Recht. Leider macht sie das nicht sympathischer. Was war geschehen? Wotan ließ durch die Firma Fasold & Fafner den aufwendigen Familiensitz Valhall errichten, als Festung gegen die zerstörenden Mächte des Bösen, ohne seine Frau über eine skandalöse Besonderheit dieses Bauvorhabens zu informieren. Hatte er doch in Ermangelung des nötigen Kapitals den Brüdern Fasold & Fafner die Göttin Freya, seine eigene Schwägerin, als Honorar zugesichert. Eine Regelung, die auch im harten Geschäftsleben unserer Tage eher zu den Ausnahmen gehört. Die Gebrüder Fasold & Fafner, zwei Bauunternehmer mit Schuhgröße 58, treffen ein, um vertragsgemäß die Göttin Freya abzuholen. Diese hat nicht die mindeste Lust, ihr Leben künftig an der Seite zweier Monster zu verbringen und protestiert energisch bei ihrer Familie. Leider vergeblich. Ein Augenblick von hoher Peinlichkeit. Da erscheint in letzter Minute der missliebige Feuergott Loge. Der seinerzeit den unseligen Vertrag mit ausgehandelt hatte. Als amoralischer Intellektueller ist er der Einzige, der Wotan noch aus der Patsche helfen kann. Loges Lösung ist verblüffend einfach, wenn auch außerhalb der Legalität. Man brauche nur in einer Nacht- und Nebelaktion nach Nibelheim zu fahren, alberig seine immensen Goldrücklagen zu berauben und diese den Riesen im Austausch gegen Freya anzubieten. Der Vorschlag wird mit Erleichterung aufgenommen und sofort in die Tat umgesetzt. In Nibelheim, einem unterirdischen Großbetrieb, der das Tageslicht scheut, treffen Wotan und Loge auf Alberich und seinen Bruder Mime. Alberich ist es gelungen, aus Teilen des Rheingolds den weltbeherrschenden Ring zu schmieden. Aber die neue Machtfülle ist ihm offensichtlich nicht gut bekommen, denn seine geistige Entwicklung hat mit dem Kapitalzuwachs nicht Schritt gehalten. Ein Symptom, das ihn eng mit uns verbindet. Alberich fällt auf einen üblen Trick herein. Arglistig meint Loge, Alberich könne vieles, aber sich in eine Kröte verwandeln könne er wohl nicht. Das mag Alberich nicht auf sich sitzen lassen und schon führt er mithilfe eines von Mime geschmiedeten Tarnhelms das Kunststück vor. Blitzschnell bringen Wotan und Loge die Kröte in ihre Gewalt. Der wieder sichtbare Alberich wird des Tarnhelms beraubt, gefesselt, ans Tageslicht geschleppt und gezwungen, alle dem rein entnommenen Wertgegenstände auszuliefern. Mit der fadenscheinigen Begründung, er habe sie ja auch nur gestohlen. Als letztes reißt Wotan dem unglücklichen Alberich den Ring vom Finger. Erst dann erhält der Nibelung seine ärmliche Freiheit zurück. Fast ist man auf seiner Seite, wenn er den Ring und seine Träger als Zeichen liebloser Weltmacht für alle Zeit verflucht. Die göttliche Gesellschaft lässt sich von Alberichs Fluch nicht die Stimmung verderben. Auch die Übergabe des Rheingolds an Fasold und Fafner erfolgt ohne Zwischenfälle. Aber dann fordert der Riese Fasold auch noch den Ring des Nibelungen an Wotans Finger. Die Krise ist da, das Tauschgeschäft droht zu platzen, Freier scheint verloren. Da erhebt sich aus der Tiefe der Unterbühne die allwissende Erde. Mit wohlklingender Altstimme rät sie Wotan in Zismol, auf den verfluchten Ring zu verzichten. Andernfalls sei eine Götterdämmerung nicht zu vermeiden. Wotan ist vom klugen Charme dieser Frau fasziniert und wirft gehorsam den Ring zum Lösegeld. Sekunden später trifft Alberichs Fluch das erste Opfer. Fafner erschlägt seinen Bruder Fasold im Streit um den Ring. Die Götter sind noch einmal davongekommen und beziehen frohgemut ihr monströses Walhall. Nur Loge mag den neuen Lebensstil der High Society nicht teilen. Lustvoll malt er sich ihr unrühmliches Ende aus. Und in der Tiefe jammern die törichten Töchter des Rheins. Die Walküre In den Jahren zwischen Rheingold und Walküre muss Wotan in Hochform gewesen sein. Damen aus den besten Kreisen schenkten ihm acht gesunde Töchter. Vor allem blieb der weitere Gedankenaustausch mit Erda nicht ohne Folgen. Das gemeinsame kräftige Kind hieß Brünnhilde und ist seine Lieblingstochter. Wotan bildete sie mit ihren acht Halbschwestern zu Walküren aus, einer berittenen weiblichen Eliteeinheit zur Verteidigung Walhals. Es handelt sich im Einzelnen um Gärhilde, Helmwiege, Waltraude, Schwertleite, Ortlinde, Siegrune, Grimmgerte und Rossweiße. Auch fand der erstaunlich potente Gott unter dem Decknamen Wälse Zeit für eine leidenschaftliche Affäre mit einer Menschenfrau. Sie gebar ihm die Wälsungen Sigmund und Sieglinde, ein Zwillingspaar, das sich allerdings bald aus den Augen verlor. Mit diesen Lustbarkeiten verfolgt Wotan offensichtlich nur ein Ziel, den Ausbau einer vertrauenswürdigen Hausmacht. Leider bleibt das alles verlorene Liebesmüh, solange der Ring des Nibelungen sich im Besitz von Fafner befindet. Aber Wotan kann sich illegale Gewaltakte und Vertragsbrüche nicht mehr leisten. Er wäre als oberste Instanz für Recht und Ordnung ein für allemal erledigt. Doch wie alle Politiker weiß Wotan in jeder hoffnungslosen Lage einen gottgewollten Ausweg. Ein anderer nämlich, kein Gott, ein ahnungsloser freier Mensch, müsste ohne Auftrag, wenn auch unmerklich geführt, in aller Unschuld also diesen lebensgefährlichen Ring in seine Gewalt bringen und ihn, wenn es denn sein muss, mit freundlichen Grüßen den Reintöchtern zwecks Entsorgung zurückerstatten. Da kommt nur einer in Frage. Sigmund, Wotans außerehelicher Sohn, den er hinter Frickers Rücken für diese Aufgabe erzogen hat. Wenn sich der Vorhang zum ersten Akter Walküre öffnet, fällt der Blick auf einen meterdicken Eschenstamm, der das Dach eines rustikalen Wohnraumes trägt. In Griffhöhe steckt ein Schwert namens Notung. Wotans stieß es gelegentlich hinein, um es Sigmund unauffällig zuzuspielen. Und wie es sich so trifft, nur sein Sohn verfügt über eine ausreichende Muskulatur, um es termingerecht herauszuziehen. Nach kurzem Vorspiel taumelt ein erschöpfter Flüchtling ins Haus der Eheleute Hunding. Der Hausherr, ein schwerer Bass, erkennt in dem Fremden, einem Heldentenor, seinen Todfeind, fordert ihn zum Duell bei Tagesanbruch und geht zu Bett. Vorsorglich verabreicht die Hausfrau dem Gatten das gewohnte Beruhigungsmittel in etwas stärkere Dosis als gewöhnlich. Alleingelassen ist das junge Paar nicht mehr zu halten. Der Fremdling zieht mühelos das Schwert aus dem Stamm und wir erleben die Wiedervereinigung der Zwillingsgeschwister Sigmund und Sieglinde. Es handelt sich dabei um Inzest und Ehebruch. Man ist begeistert. Nur Hunding verschläft eine der eindrucksvollsten Liebeserklärungen der Opernbühne. Bis jetzt klappte eigentlich alles vorzüglich. Sigmund besitzt seine Wunderwaffe und wäre gegen Fafner einsatzbereit. Davor liegt allerdings noch das Duell gegen Hunding. Das könnte zwar als ungefährliches Training betrachtet werden, aber Götter scheuen das Risiko. Wotan befiehlt also der Walküre Brünnhilde, seiner Lieblingstochter, Sigmund im Kampf gegen Hunding zu unterstützen. Brünnhilde ist glücklich über diesen Auftrag des Vaters und galoppiert aufjauchzend davon. Frau Frika betritt die Bühne. Sie neigt bekanntlich dazu, Dinge zu verurteilen, die anderen Freude machen. Zum Beispiel Ehebruch. Wie alle Ehemänner nimmt Wotan Verfehlungen dieser Art von der heiteren Seite, solange es nicht die eigene Frau betrifft. Nicht so Frika. Als Wahrerin der sittlichen Ordnung verlangt sie von ihrem Mann den Eid, die schamlosen Vorgänge um Sigmund und Sieglinde zu beenden. Das bedeutet Sigmunds Tod und für Wotan vorerst keine Hoffnung auf ein passables Happy End. Aber er befürchtet eine zweite Ehekrise und gibt nach. Seine Autorität zu Hause ist eben doch bescheidener als beim Geländeritt mit den Walküren. In tiefer Resignation erklärt Wotan seiner Tochter die Gründe für den geänderten Befehl, nicht Sigmund, sondern Hunding den Sieg zu sichern. Sich selbst wünscht er nur eines noch, das Ende. Brünnhilde glaubt nicht recht gehört zu haben, fügt sich aber zunächst dem Vater. Noch in derselben Nacht erscheint sie Sigmund, um in rührender, fast zärtlicher Behutsamkeit ihm das bevorstehende Ende leicht zu machen. Sigmund ist also von der Verheißung eines ewigen Heldenlebens in Wallhalsglanz und Gloria ohne Sieglinde nicht im Mindesten beeindruckt. Brünnhilde, die einen derartigen Liebesbeweis von Männern ihres eigenen Bekanntenkreises noch nicht erlebt hat, ist überwältigt. Und sie missachtet den Befehl des Vaters. Als wenige Augenblicke später Hunding auf den Kampfplatz stürmt, feuert Brünnhilde den Welsung an. Triff ihn, Sigmund! Traue dem Schwert! Das hätte sie besser nicht getan. Außer sich fährt Wotan dazwischen, zerschmettert Sigmunds Waffe und sorgt so für das unrühmliche Ende seines Sohnes, auch wenn ihm, weiß Gott, nicht danach zumute ist. Im nächtlichen Chaos sammelt Brünnhilde geistesgegenwärtig die Bruchstücke des Schwertes, flieht mit Sieglinde zu ihren Schwestern und erbittet Schutz vor dem wütenden Vater. Die Walküren singen zunächst ein bekanntes Konzertstück und empfehlen dann Sieglinde, sich in einem ostwärts gelegenen Wald zu verbergen. Als Sieglinde tief deprimiert am Sinn ihres Lebens zweifelt, zeigt sich Brünnhilde besser informiert. Sieglinde habe keinen Grund zur Klage. Schon in einem Dreivierteljahr werde sie Mutter eines Helden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen habe. Der werde das Schwert wieder zusammenschmieden. Und einen Namen habe sie auch schon. Siegfried. Getröstet rafft Sieglinde die Teile des Schwertes zusammen und flieht in die Nacht. Die vor Angst schreienden Walküren nehmen Brünnhilde in ihre Mitte, um sie vor dem Zorn des Vaters zu beschützen. Wotans in ungewohnter Lautstärke vorgetragene Wut treibt Brünnhilde aus ihrem Versteck. Hier bin ich, Vater, gebiete die Strafe! Und wieder ist dieser Gott nicht frei in seiner Entscheidung. Soll die staatliche Ordnung aufrechterhalten bleiben, gibt es auch für seine Tochter keine Ausnahme. Das bedeutet für Brünnhilde nicht nur Ausschluss aus der Ehrenlegion der Walküren und Verlust aller göttlichen Eigenschaften. Sie wird auch noch dazu verurteilt, als sterblicher Mensch, schlafend auf freiem Feld, dem ersten Besten zu gehören, der sie haben möchte. Auf ihre verzweifelte Bitte hin gewährt der Vater eine Milderung. Er wird einen Ring aus Feuer um seine Tochter legen, um sie vor unwürdiger Willkür zu schützen. Wenigstens Furchtlosigkeit soll ein fremder Mensch beweisen, bevor er sie berühren darf. Dann vergessen Vater und Tochter alle Regeln der Staatsräson. Sie fallen sich in die Arme und nehmen für immer voneinander Abschied. Siegfried Es mag sein, dass ihnen die Pause kurz vorgekommen ist, wie man sich doch täuschen kann. In Wahrheit liegt Brünnhilde nun schon seit 20 Jahren im Tiefschlaf. Den Riesen Pfaffner hat sein immenses Kapital stark verändert. In einer umwaldeten Höhle verwandelte er sich in ein wurmartiges Scheusal und wälzte sich über seine Vermögenswerte. Ganz in der Nähe hat sich auch Alberichts Bruder, der Zwerg Mime, angesiedelt, um Pfaffner bei der geringsten Unvorsichtigkeit das Kapital samt Ring wieder abzunehmen. Eines Nachts taumelte Sieglinde unangemeldet in Mimes Behausung und machte ziemliche Umstände. Sie genas eines Knaben und Mime sah sich genötigt, bei der Entbindung behilflich zu sein, was die Wöchnerin allerdings nicht überlebte. Ihre einzige Hinterlassenschaft bestand außer dem Kind in einem zertrümmerten Schwert. Seitdem ist der gelernte Schmied Mime vergeblich bemüht, die einzige Waffe zu schmieden, mit der Pfaffner zu erledigen ist. In dieser asozialen Umgebung wächst der kleine Siegfried auf. Aus dem Säugling ist ein sympathischer Modellathlet geworden, ein unbekümmerter, fröhlicher Naturbursche, wenn auch mit schlechten Manieren. Das Gegenteil also von seinem Großvater Wotan. Zu Beginn des Dramas Siegfried haben die zwischenmenschlichen Beziehungen in der veralteten Waldschmiede ihren Tiefpunkt erreicht. Mime heuchelt väterliche Liebe, Siegfried verabscheut seinen Ziehvater mit der ganzen Taktlosigkeit anti-autoritärer Kinder. In einer gereizten Aussprache fordert Siegfried die Wahrheit über seine eigene unerfreuliche Herkunft. Mit Siegfrieds Daumen an der Kehle wird Mime gesprächig. Widerwillig berichtet er vom Ableben Sieglindes und nörgelt über den schwachen Lohn, den er für Mühe, Kost und Pflege des Neugeborenen erhalten habe, nur das kaputte Schwert. Siegfried reagiert mit einem Ausbruch kindlicher Lebenslust. Sofort habe ihm Mime dieses Schwert zu reparieren. Dann werde er sich hinausschwingen in die Welt und allen zeigen, was eine Harke ist. Er enteilt ins Unterholz und lässt einen Mime zurück, der zutiefst beklagt, keinerlei Kenntnisse im Schmieden moderner Kampfschwerter zu besitzen. Da tritt der große Unbekannte über die Schwelle. Ein Wanderer, einäugig mit Schlapphut und Speer, auch von der hintersten Parkettreihe unschwer als Wotan auszumachen. Der Göttervater hatte sich nach der durchlittenen Katastrophe aus Ehe und Berufsleben resigniert zurückgezogen, um nur noch das zu tun, was seine Frau immer am meisten geärgert hat, herumzuschweifen. Aber er wäre kein Gott im Ruhestand, würde er den Gang der Dinge nicht weiter im Auge behalten, um im Bedarfsfall vorsichtig nachzuhelfen. Nun hat er ja mit seinem Enkel Siegfried wieder ein Eisen im Feuer. Er kommt also ganz zufällig mal vorbei und verwickelt den innervierten Mime nach Quizmaster-Art in ein gegenseitiges Ratespiel mit hohem Einsatz. Eine falsche Antwort kostet den Kopf. Wotan amüsiert sich. Zunächst geht alles glatt, aber dann gerät Mime in tödliche Verlegenheit. Auf die letzte entscheidende Frage Wotans, wer schmiedet das Schwert Notung neu, weiß Mime keine Antwort und verspielt sein Zwergenhaupt. Im Gehen gibt Wotan dem verzweifelten Mime einen Tipp. Wer das Fürchten nie gelernt hat, der schmiedet Notung neu. Und dem überlasse er auch Mimes Kopf. Mime ist nicht zu beneiden. Einerseits braucht er ein Schwert und einen furchtlosen Drachentöter. Andererseits verliert er seinen Kopf an Siegfried, wenn der nicht in Bälde das Fürchten lernt. Jedenfalls zeigt Siegfried bei der Schilderung des gefährlichen Riesenwurms Fafner nicht die geringste Furcht. Im Gegenteil. Frohlockend wittert der Jüngling eine Heldentat. Schon ist er mit allen Finessen des höheren Schmiedehandwerks vertraut, hämmert Notungseinzelteile zusammen und singt dazu auswendig zwei mehrstrophige Lieder. Das fertige Werkstück lässt Siegfried übermütig auf den Amboss sausen. Leider zerfällt dieser schon während des Ausholens in zwei Teile. Auch der Vorhang fällt rasch. Der zweite Akt spielt vor der Höhle des Riesenwurms Fafner. Zunächst schleichen zwei alte, verfeindete Interessenten um den heißen Brei, Wotan und Alberich, die sich nur darin einig sind, dass ein anderer die Kastanien aus dem Feuer holen wird. Eine Viertelstunde später erscheinen Siegfried und Mime. Nach kurzem Zwiegespräch weiß der Zwerg, dass der furchtlose Siegfried den Saurier schlachten wird. Auch gut. Denn der Held wird durstig sein nach der Tat und mit einer vergifteten Erfrischung wäre der eigene Kopf zu retten und das Fafnersche Vermögen. Mime geht nach links ab. Siegfried lagert sich unter einer Linde, wo ihn Wagner zwölf Jahre sitzen lässt, um schnell mal die Meistersinger und den Tristan zwischendurch zu komponieren. Erst dann beginnt Siegfried über seine Eltern nachzugrübeln. Auf einen Wink Wagners vollzieht sich nun endlich die populärste Szene des deutschen Sagenschatzes. Siegfried erschlägt den Drachen. Nach dem Genuss einiger Blutstropfen des Ungeheuers versteht er unversehens die Sprache eines Waldvogels, der ihm, wie das Waldvögel so machen, einen Rat erteilt. Siegfried dürfe sich von den Nibelungen schätzen, vor allem Ring und Tarnhelm, nicht entgehen lassen. Ohne die geringsten Anzeichen von Neugier stapft Siegfried in die Schatzkammer, findet Ring und Tarnhelm, kommt lustlos wieder ans Tageslicht und begegnet Mime, der ihm eine sehr unbekömmliche Erfrischung reicht. Siegfried riecht den Braten und das ist das Ende der Beziehung. Von Siegfrieds Schwert, nur leicht touchiert, haucht Mime sein Leben aus. Schon ist das Waldvögelein wieder zur Stelle und verheißt nun Siegfried etwas, das er noch nie gesehen hat. Eine Frau. Siegfried ist entzückt. Er kann ja nicht ahnen, was das bedeutet. Unter der Führung des Waldvögeleins stürmt er jubilierend in sein Verhängnis. Eine Stunde später trifft er auf seinen Großvater, der sich nicht zu erkennen gibt. Wotan hatte gerade eine letzte sehr unangenehme Auseinandersetzung mit seiner Ratgeberin, Sie erinnern sich, und will sich nun noch davon überzeugen, dass dieser junge Mann in aller Unschuld das Zeug dazu hat, Rechte und Pflichten des zusammenbrechenden Götterregimes zu übernehmen. Aber dann geht es Wotan eben doch gegen den Strich, so sank und klanglos den Weg zu seiner Tochter und das Feld zu räumen. Mit seinem Speer pariert er den ziemlich unverschämten Siegfried. Der aber greift zum Schwert und zertrümmert das göttliche Machtsymbol. Eine Szene, die Väter, Großväter und Schwiegerväter nicht gerne sehen. Nach dieser letzten Auseinandersetzung mit der jungen Generation hat Wotan die Bühne der Oper und des Weltgeschehens für immer verlassen. Siegfried dagegen bläst munter sein Horn und durchallt die Feuersbrunst. Auf sonniger Höhe stößt er auf einen schlafenden Krieger dessen Atmung offensichtlich durch seinen Brustpanzer beeinträchtigt wird. Kaum hat Siegfried das schwere Oberteil geöffnet, wölbt sich ihm der Busen eines hochdramatischen Soprans entgegen. Nachdem sich der Held etwas erholt hat, macht er eine durchaus richtige Beobachtung. Das ist kein Mann! Zum ersten Mal in seinem Leben empfindet er nackte Furcht und verhält sich wie alle jungen Männer in dieser Situation. Er schreit nach seiner Mutter. Wenig später erwacht Brünnhilde, an der die 20 Jahre spurlos vorübergegangen sind, und ein gesunder Eros bricht sich Bahn. Im Vorspiel der Götterdämmerung äußern sich drei Damen unterschiedlicher Stimmlage ziemlich deprimiert über das drohende Ende der alten Welt. Es sind Nornen, Schicksalsgöttinnen also, die beruflich mit diesen Dingen zu tun haben. Umso schlimmer, dass ihnen der Schicksalsfaden reißt, an dem sie schon des Längeren spinnen. Schicksalsfäden sind eben auch nicht mal das, was sie mal waren. Zum Glück wird das Stimmungstief von einem Orchester-Zwischenspiel überbrückt. Als Morgendämmerung erhebt es sich vom kleinen Klarinettenthema ins Fortissimo des Sonnenaufgangs. Es scheint ein strahlender Tag zu werden. Götterdämmerung Siegfried und Brunnhilde, die Jungvermählten, sind bester Laune. Das überrascht insofern, als Siegfried gerade seine Sachen packt, um ohne seine Frau eine zeitlich unbegrenzte Abenteuerreise anzutreten. Die Neigung zu derartigen Eskapaden liegt ja seit Großvater Wotan leider in der Familie. Immerhin lässt Siegfried als Unterpfand der Treue sein wertvollstes Teil zu Hause, seinen Ring, dessen verheerende Wirkung beide nicht kennen. Nach jubilierendem Abschied macht er sich mit Brunnhildespferd Grane, seinem Schwert, dem Horn, der Tarnkappe und mit einer Unzahl von Leitmotiven auf den Weg. Hier endet das Vorspiel. Mit Beginn des ersten Aktes befinden wir uns am königlichen Hof der Giebighungen. Anwesend sind Gunther als unverheirateter Familienvorstand, seine ebenfalls ledige Schwester Gutruhne und Hagen, ein Halbbruder Gunthers. Zum Verständnis der folgenden haarsträubenden Intrige gehört die Kenntnis gewisser Familieninterner im Hause Giebighunk. König Gunthers Mutter war vor Jahren ausgerechnet dem hässlichen Klassenfeind Alberich gegen Bargeld zu Willen gewesen und hatte ein Kind bekommen, Gunthers Halbbruder, den Bastard Hagen. Seit dieser missgelaunte, schwere Bass mit Siegfrieds bevorstehende Ankunft rechnet, ist er von dem Gedanken besessen, den Ring zurückzugewinnen, der seinem Vater Alberich von Wotan entrissen worden war. Die beste Voraussetzung aber ist hierfür die Zerrüttung der Ehe Siegfrieds, der im offenen Kampf nicht zu schlagen ist. Mühelos gelingt es Hagen, den eitlen Gunther auf Brünnhilde scharf zu machen und der arglosen Gutruhne den schönen Siegfried zu versprechen. Diesem prominenten Helden müsse man nur mit Hilfe von Alkohol und Drogen gewisse Hemmungen nehmen. Vorsorglich verschweigt Hagen den kleinen Schönheitsfehler, dass Siegfried und Brünnhilde zur Zeit noch glücklich verheiratet sind. Schon hört man von draußen das Horn. Der erhoffte Besuch steht vor der Tür. Beim ersten Schluck aus Hagens üblem Willkommensbecher zeigt Siegfried noch keine Wirkung, aber dann verlässt ihn innerhalb eines Augenblicks sein Erinnerungsvermögen. Über die plötzlich aufflammende Leidenschaft zu Gutruhne könnte man hinwegsehen. Vorkommnisse dieser Art liegen im Toleranzbereich jeder Urlaubsreise und Gutruhne gilt ohnehin als Sonderfall. Sie ist, wie man weiß, unter allen in der Ring-Tetralogie auftretenden Frauen die einzige, die nicht Siegfrieds Tante ist. Vielmehr zeigt sich die schauerliche Verwandlung Siegfrieds in der Bereitschaft, seine eigene Frau Brünnhilde gewaltsam zu entführen und zur Braut Gunters zu machen. Umgehend wird die Ausführung der Untat durch Blutsbrüderschaft bekräftigt und männlich grölend beschworen. Die Bühne leert sich, nur Hagen bleibt zurück und besingt die bevorstehende Katastrophe mit einem Selbstgespräch. Inzwischen hütet Brünnhilde das Heim und gedenkt liebevoll ihres fernen Ehemanns. Überraschend erhält sie Besuch von Waltraute, einer Walküre, die trotz strengsten Verbotsauswahl herübergeritten ist, um bei der Schwester Brünnhilde ihr Herz auszuschütten. Sie schildert den trostlosen Zustand Wotans des an Leib und Seele gebrochenen Vaters und beendet ihren Bericht mit düsteren Worten, die Wotan wie im Traum gesprochen habe. Von einem Fluch würden Gott und die Welt befreit, wenn Brünnhilde sich entschließen könne, ihren verdammten Ring den Reintöchtern zurückzugeben. Da gerät Brünnhilde aus bedrohlicher Ruhe in helle Empörung. Der Ring sei das Liebespfand ihres Ehemanns und bliebe da, wo er hingehöre, an ihrem Finger. Im Übrigen könne sich Waltraute das Glück der Welt und ihrer Götter einschließlich aller Staatsmänner und Nationen getrost an den Hut stecken. Noch während Waltraute unverrichteter Dinge zurückgaloppiert, erschrickt Brünnhilde zu Tode. Ein wildfremder Mann steht in der Tür und begehrt sie zum Weibe, ohne sich vorgestellt zu haben. Eine Situation, die tausende von Jahren später niemanden mehr wundern wird. Hier aber wehrt sich Brünnhilde noch mit aller Kraft, bevor sie dem Unbekannten erliegt. Es ist Siegfried, der mit Hilfe der Tarnkappe Gunters Gestalt angenommen hat und sich sicherheitshalber eine Quinte tiefer ausdrückt als gewöhnlich. Nach kurzem Handgemenge reißt der Brünnhilde den Ring vom Finger und zwingt sie, die Bettstadt mit ihm zu teilen. Unmittelbar darauf sinkt er so hoch wie früher und versichert später jedem, es sei sonst nichts vorgefallen. Erst auf dem Rückweg im Frühnebel tauschen Siegfried und der echte Gunther unbemerkt ihre Rollen. So dann eilt Siegfried voraus nach Giebichung in die Arme Gutrunes. Wenig später beim großen Empfang in Giebichung erkennt Brünnhilde den gestohlenen Ring an Siegfrieds Hand. Mit einem gellenden Aufschrei entlarvt sie den eigenen Mann als Täter. Siegfried zeigt nicht den geringsten Gewissensbiss. Im Gegenteil, er scherzt noch ziemlich unpassend. Gunther, deinem Weib ist übel, beschwört seine Unschuld und geht mit Gudrunes schäkernd nach rechts ab. Die Entrüstung der Zurückgebliebenen nutzt Hagen zur Forderung nach Rache für die allerseits erlittene Schmach. Es erhebt sich keinen Widerspruch. Brünnhilde verrät sogar Siegfrieds schwächsten Punkt. Dieser befindet sich, anders als sonst bei Ehemännern, auf seiner Rückseite. Damit ist Siegfrieds Ende besiegelt. Tags darauf lagert eine Jagdgesellschaft im Walde, falls das ein zeitgenössischer Bühnenbildner zulässt. Außer den Treibern erkennt man Siegfried, Gunther und Hagen. Ein herber Landwein kreist und Siegfried erzählt auf allgemeinen Wunsch aus seinem Leben. Kurz vor Erreichen der Gedächtnislücke praktiziert ihm Hagen eine Gegendroge ins Trinkhorn. Schon nach dem ersten Schluck setzt Siegfrieds verlorenes Erinnerungsvermögen peinlich präzise wieder ein. Entzückt schildert er den Weg in die Arme seiner Braut Brunnhilde und überführt sich damit selbst des Meineids. Lustvoll stößt Hagen den Speer in Siegfrieds ungeschützten Rücken. Die Leiche Siegfrieds ist in der Halle der Giebigungen aufgebahrt. Laut Hals brüstet sich Hagen mit seiner Untat und verlangt als rechtmäßige Beute den Ring vom Finger des Toten. Gunther widersetzt sich und wird der Einfachheit halber umgebracht. Aber bevor Hagen den Ring berühren kann, der in drei Generationen und vier Opern Götter, Riesen und Menschen ruinierte, erhebt sich warnend der Arm des Toten Siegfried. Im allgemeinen Entsetzen eröffnet Brunnhilde das Finale mit einem Liebesbekenntnis zu ihrem Mann. Sie lässt einen Scheiterhaufen errichten für das Ende an seiner Seite. Ungehindert streift sie den Ring von Siegfrieds Hand, um ihn endlich den Töchtern des Rheins zurückzugeben. So nutzt sie die letzten Minuten ihres Lebens zur Abrechnung mit der unfähigen Götterfamilie und zur erlösenden Tat. Dann beginnt der Albtraum der Bühnentechnik. Brunnhilde gibt ihrem Pferd die Sporen und springt in das Flammenmeer, von dem auch Valhall verschlungen wird. Der Fluss wogt über die Ufer, die Rheintöchter halten den Ring wieder in ihren Händen und ziehen Hagen in die Tiefe. Nicht gerade ein Happy End also, aber der Urzustand der Unschuld ist fast wiederhergestellt. Die Partitur lässt einen neuen Anfang zu. Noch bleibt uns die Hoffnung, ehe der Vorhang endgültig gefallen ist. Ende